Hallo, ich begrüße Sie zu einem neuen Video von E-Bike TV und in dieser Ausgabe will ich der Frage nachgehen, braucht es für den E-MDB-Einstieg eigentlich E-Bikes mit viel Federweg und vor allen Dingen die Dolly über 6.000 Euro? Wenn ihr auch dieser Frage nachgehen wollt und das Ergebnis hören wollt, dann bleibt in diesem Video dran bis zum Ende. Da kläre ich auf, ob wirklich die 6.000 Euro Grenze beschritten werden muss oder es auch gute Fahrräder gibt für unter 6.000 Euro. Du suchst eine E-Bike Versicherung? Dann schau doch mal unter www.helden.com Dass gute E-MTBs mit 160 mm Federweg nicht teuer sein müssen, beweist Bessvie mit seinem TRS 1.1 LE. Das Limited Edition Modell hat 160 mm Federweg, 29 Zoll Laufräder und wiegt 26 Kilo. Es hat ein zusätzliches Gesamtgewicht von 120 Kilo. Hinter der Marke Bessvie steckt der weltweit agierende Akku- oder Batteriehersteller Darfond. In fast jedem Shimano-Bike oder E-Shimano-Bike steckt eine Darfond-Batterie, weil die entsprechende Größen so bauen können, wie der Hersteller es haben will. Wir konnten das Aluminium-E-Bike auf unserem heimischen Trail eine Zeit lang testen. Das gelungene Zweifarbendesign aus zwei Grüntönen und Schwarz glänzend passt zu dem Fahrrad hervorragend. Das gut funktionierende Fox-Fahrwerk besteht in der Front aus der Fox 36 E-Bike RISM Floatgabel und dem Fox Performance Float DPX Dämpfer im Heck. Das Herzstück ist der Shimano EP801 Motor mit einer 720 Wattstunden Batterie im Unterrohr integriert. Der Ein- und Ausbau des Akkus erfordert am Anfang etwas Fingerspitzengefühl, aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, geht es sehr einfach und easy von der Hand. Für den Ausbau ist kein Schlüssel notwendig. Man kann mit Hilfe eines 6 mm Imbus das Schloss öffnen und wieder schließen. Der Ladeport sitzt neben dem Dämpfer, ist ziemlich klein und etwas dreckanfällig. Der Davon typische An- und Ausschnallkopf verfügt auch über eine USB-C-Schnittstelle, um sein Handy zu laden. Kabelmäßig ist beim E-Bike natürlich eine Menge los, aber alle Kabel verschwinden über den Kabelkanal am Steuersatz gekonnten Rahmen und geben dem ganzen Bike dann eine cleane Optik von vorne. Die Shimano M6120 Vierkolbenbremse mit 203er Scheiben ließen das Fahrrad immer souverän und sicher, trotz des etwas höheren Gewichts zum Stehen kommen. Und man konnte auch vielleicht ein, zwei kleine Tricks auf über das Vorderrad mit dem Fahrrad gut machen. Die Shimano XT 12-fach Schaltung hat an dem Testrad einwandfrei funktioniert. Der Rahmen verfügt auch über einige gelungene Features, wie zum Beispiel die Getränkeflaschenhalter-Schrauben, aber auch eine Ständeraufnahme ist an dem Rahmen vorhanden. Und die Verlegung der Kabel innerhalb des Rahmens finde ich auch sehr hübsch und gelungen und funktioniert hervorragend. An einen Rahmenschutz vor der Kette wurde auch gedacht. Eine der wichtigsten Performance eines EMTBs ist natürlich das Berghochfahren. Und das BestWi macht das wirklich hervorragend. Die Sitzposition ist ausgewogen. Man sitzt zentral in der Mitte und kann so Druck aufs Hinterrad geben, ohne dass es durchrutscht. Aber es steigt auch nicht am Vorderrad, dass das Fahrrad unbändig wird und man nach hinten absteigt. Zusätzlich bringt der Motor genug Power mit, um wirklich fast jeden Anstieg hochzukommen. Klar, wenn es wirklich extrem und knifflig wird, ist das Beste wie nicht das Beste Rad. Aber wenn du ein Einsteiger bist und die 6.000 Euro ausgegeben hast, wirst du den Bergabhild oder den Abhildspaß mit dem Fahrrad wirklich entwickeln können. Das macht es wirklich hervorragend und zu einem guten EMTB. Auch was ich schon in der Apple Performance zeichne, spiegelt sich im Downhill auch wieder. Es ist ein einfach gutmütiges, verspiegelt zu fahrendes Fahrrad und für jeden Einsteiger wirklich geeignet. Man kann sehr gut über das Hinterrad fahren und jede Bewegung auf dem Fahrrad macht es dir wirklich sehr einfach, das Fahrrad dorthin zu lenken, wo es auch hin soll. Bei der Sprung Performance hast du es auch einfach, weil das Fahrwerk dich unterstützt und du sehr einfach und gut abspringen kannst. Im Fliegen genau das gleiche. Durch diese Laufruhe lässt sich das Fahrrad sehr, sehr angenehm überall rüberspringen und auch gut landen. Wenn es schneller wird bergab, hat es auch eine sehr gute Laufruhe und die zentrale Position im Fahrrad ermöglicht dir, gut zu gucken und dorthin zu lenken, wo es hingehen soll. Wenn du dann in Kurven fährst, hat es einen stabilen Stand im Kurven, es kippt nicht weg und lässt dir wirklich viel, viel Spaß auf diesem Fahrrad, auf dem Trail haben. Also wirklich eine gelungene Maschine auch im Bergab fahren. Zum Ende meiner Videos gebe ich natürlich auch eine Kaufempfehlung raus an Leute und ich kann den Leuten dieses Fahrrad zum Kaufen empfehlen, die irgendwie nach einem neuen EMTB suchen, die so Einsteiger sind in dem Bereich EMTB. Auf jeden Fall in diese Federwegsklasse, die es mal ausprobieren wollen, dann aber nicht sich sofort an 10.000, 12.000 Euro verbinden wollen, sondern eins haben wollen, was sozusagen im Preis deutlich angenehmer ist, obwohl 6.000 Euro immer noch viel Geld ist. Warum ist das so? Warum kann ich das empfehlen? Weil dieses Fahrrad eine relativ einfache, kompakte Fahrweise hat, die sozusagen uns in dem Bereich, wo wir vielleicht einsteigen, die ersten Schritte auf dem EMTB machen, deutlich begünstigen und es einfacher machen, schnell viel Spaß zu haben, damit sozusagen das EMTB-Fahren ein tolles Erlebnis wird. Zusätzlich ist es natürlich ein Fahrrad einer Fachhandelsmarke, die halt im Fachhandel draußen vertrieben wird, wo du dann auch noch einen Fachhandelspartner hast, der sozusagen dir, wenn du Schwierigkeiten hast, da den entsprechenden Support bietet. Zusätzlich finde ich, bietet das Fahrrad auf jeden Fall noch irgendwie Potenzial nach oben hin. Man kann natürlich noch am Fahrwerk was ändern, Reifen natürlich noch ändern, Vorbau Lenker natürlich. Also, wie würde ich sagen, es ist ein Rad mit Potenzial für die Zukunft, was man vielleicht ja dann auch, ja, vielleicht auch noch jemand anders später geben kann, wenn man sozusagen dem entwachsen ist und da rausgeht. Was natürlich auch ist, das Fahrrad für die so viel Potenzial, dass du auch auf lange Sicht da viel Spaß mit haben kannst. So ein niedergemachter Rahmen, gute funktionelle Komponenten, ist auf jeden Fall für mich ganz klar ein Fahrrad, was man gut empfehlen kann für den Einstieg zum Kaufen. Mein Fazit ist, eine kompakte, gute Bude in einem Preissegment, wo man gut einsteigen kann mit viel Federweg für eine lange Lebensdauer. So, alles klar, vielen Dank für die Bezüge, sehr kommentiert, alles fleißig, wenn ihr es nicht so seht. Ich will natürlich mal gucken, ob ich noch weitere Räder, deutlich unter 6.000 Euro, in diesem Kanal euch präsentieren kann, um zu schauen, was können die Bikes eigentlich. Alles klar, vielen Dank und auch dieses Mal soll ich wieder Hut ab, das geht ja gut ab und denkt dran, ein Herz für E-Biker muss sein. Siehst du, fertig. Sehr gut. Vielen Dank.